Willkommen zurück zu SimCityBuilded. Ja, wir sind arm. Wir sind einfach nur arm. 22.000 Simoleons. Ich habe noch eine Fabrik gebaut, jetzt fehlt nur noch eine. Und ich habe halt noch eine von dieser Massenproduktion, aber naja, egal. Ah, jetzt haben wir 30.000. Was ist denn das? Mal gucken. Auf die Plätze fertig los. Okay, mal anzeigen lassen. Siegestrophäe. Sportplatz. Okay. Siegestrophäe kann ich mir nicht leisten. SimCityCupStadion kann ich mir auch nicht leisten. Sportmerchandise, das könnte ich mir leisten. Kann ich, will ich aber nicht. Und Sportstar-Statue kann ich mir nicht leisten. Also kann ich mir das hier holen oder das hier. Was bringt mir? 12 mal 10 20 Prozent. 10 mal 10 15 Prozent. Ah, ähm, wie groß ist denn das Gebäude? Das ist 2 mal 2 groß und das hier ist... Ah, 2 mal 3 groß. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das ist 2 mal 3 groß. Wir gucken noch mal später. Oh, ein Video. Schnell mal weg machen. Okay, ähm, ich will heute noch ein paar VU-Katastrophen machen, aber vorher noch den Tagesbonus einsammeln. So, dann mal kurz gucken. Was gibt's hier so? Aha, okay, kann ich nicht machen. Und der Flughafen ist da. Schalte ich aber jetzt noch nicht frei. Ich will hier noch was machen. Katastrophen auslösen. Katastrophengebiete neu aufbauen. Ja, goldene Schlüssel einsammeln. Katastrophen auslösen. Ja, okay, doch. Dann schalten wir jetzt gleich den... den Flughafen frei. Katastrophen auslösen. 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 ok da gibt es noch eins aus großbritannien und aus tokio also japan und das kann ich gerade nicht mehr ist ein flugzeug ok kann ich jetzt schon pariser wohngebäude ja kann ich kostet das nichts habe ich irgendwas nicht verstanden bürgermeister sie können jetzt ihr eigenes pariser viertel bauen ja das habe ich gerade versucht muss ich erst die baustellen hier also wo richtige baustellen sind ausbauen zu einem haus das kann sein ok was fehlt denn da stahl und sam und backstein das war natürlich nicht genau das was ich haben wollte aber ja gut also ich könnte mir jetzt eins bauen ok da machen wir jetzt schon eine katastrophe nämlich die alien invasion jetzt habe ich endlich genug dafür die aliens kommen hilfe oh und wir können den vuoturm upgraden ufos um es ist ufo gerade zu diesem ok und so vor grad hierhin geflogen komisch also das kann ich schon mal machen dann gucken wir mal goldene schlüssel oder katastrophengebiete was braucht eigentlich das andere das ist mir zu viel ok dann mache ich das mit den goldenen schlüsseln wenn man da gleich zwei bekommt dann ist es ja was jetzt kann ich das machen und ja jetzt kann ich auch ein pariser viertel bauen stehe ich einfach mal da hinten hin hat ja noch hoffen die versorgung oder ja es knapp das ist schlecht die versorgung ist knapp wir haben kaum noch geld und das ist nicht im feuerwehrschutzbereich immer noch nicht da ist es drin da ist es auch drin ok ein kleines stückchen noch nach unten verschieben so bis dahin und ach du meine wie bekomme ich diesen pullover eigentlich im modegeschäft nein wie bekomme ich die pullover hallo ach so als belohnung für die lieferung bekomme ich den pullover dann kann ich äh wohngebiete bauen pariser wohngebiete ok gut so leute da bin ich wieder ähm ja das können wir nicht reparieren so dann wenn wir mal das hier bauen. Ich habe mich entschieden, das passt irgendwie nicht dazu zum ganzen Aufbau von unserer Stadt. Deshalb setze ich das einfach mal irgendwie dahin. Und dahin. Keine Ahnung. Ich weiß, jetzt sind wir noch ärmer, aber egal. Ich wollte das upgraden, aber okay. Ja, mache ich. Und das. Nee, danke. Kann ich das auch machen? Oh, und der Aufstieg. Nice. Gartenmöbel freigeschaltet. Schuhe freigeschaltet. Und das war's. Wow. Okay, dann bauen wir noch mal ein normales Haus. Da brauchen wir fürs Pariser Viertel hier die Sahn. Die Backsteine fehlen noch. So. Die mache ich dann später. Okay, die Fabriken sind nicht zu dicht, aber Wasser wird knapp. Abwasser auch. Hier, Tür einfach. Hier. Oh, Mist. Okay. Dann müssen wir ein bisschen warten. Ein kleines bisschen warten. Tja. Wir werden hier schon unglücklich. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ausbauen kann ich auch nicht. Vor irgendwie drei Folgen hatten wir noch so 300.000. Wo sind die jetzt? Wir haben 14.000. Wasser und Abwasser sind knapp. Das ist nicht gut. Warte mal, wie viel kostet das überhaupt? 45.000. 35.000. Okay. Ja, okay. Das macht es natürlich immer schlimmer, wenn ich das jetzt hier so weiterbaue. Aber ich brauche Geld. Was schalte ich da noch frei? Oh, eine Uhr. Mehr nicht. Nice. Okay. Okay. Das ist auch noch schlimm. Ja, okay. Wir haben gar kein Geld mehr. Leute, wir sind arm. 3.600. Okay. Ich glaube, das war es mit der Folge. Es war eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Wenn es gelung ist. Tschüss. Ich hoffe,